Wir sehen auf der Vivi-App eine weitere Platin-NFT-Serie von Disney. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den kommenden Stream an und wir schauen uns auch den nächsten Comic-Job an, sowie das nächste Collectible von ein paar Künstlern. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi-Ojima, den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall bin ich wieder eine sehr spannende Folge mit dabei, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und starten tun wir mit einer weiteren Serie von Walt Disney Animation Studios, und zwar nicht Series 2 von den Platin Moments. Und das Ganze wird am 16. Dezember, das heißt am Samstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit, droppen. Und wir sehen hier nicht nur einen normalen Drop, wo wir insgesamt drei Collectibles sehen werden, sondern unter anderem noch mit einer Utility, die schauen wir uns aber gleich nochmal an. Als erstes sehen wir hier Stitch als Secret. Der Listenpreis hier sind 60 Gems pro Collectible und das Ganze hat nur eine Editionzahl von 641 Stück. Außerdem ist es natürlich keine First Appearance, da wir Stitch tatsächlich schon auf der App haben. Als nächstes haben wir dann Elsa, die mir persönlich sehr gut gefällt, hier auch in diesem Stil. Das Ganze ist auch wieder hier mit einer Editionzahl von 641 versehen, natürlich auch wieder keine First Appearance, da wir den Charakter schon auf der App haben. Mir persönlich gefällt aber tatsächlich hier sie mit am besten als Collectible, was wir überhaupt bis jetzt auf der App haben. Ansonsten haben wir noch als letztes Tinkerbell, auch nochmal als Secretrier. Das Ganze auch nochmal mit einer Editionzahl von 641 und dementsprechend, ja, es ist eine ziemlich kleine Auflage hier für diese Collectibles. Und ja, mir persönlich, wie gesagt, gefällt hier auch Elsa extrem gut. Wie gesagt, das beste Collectible eigentlich von Elsa, was wir momentan auf der App haben. Aber ja, ich kann mich auch irren, schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Aber es geht noch weiter, denn wir sehen dazu auch wieder eine weitere Potion. Und wie es auch beim letzten Mal war, wird man mit dieser Potion Poster craften können. Die Potions werden separat von den Collectibles droppen und diese werden natürlich auch wieder eine Secretrier sein und eine Gesamtauflage von 1923 Stück haben und einen Listenpreis von 30 Gems haben. Außerdem, ja, wie gesagt, eine First Edition an dieser Stelle. Ansonsten kann man mit diesen Collectibles, wenn man das ja auch bekommen sollte, insgesamt muss man also 90 Gems investieren, um hier craften zu können und zwar nämlich diese Poster. Als erstes haben wir hier ein Stitch Poster. Das Ganze wird natürlich keine Editionzahl haben, da es davon abhängt, wie viele Leute dann wirklich das Ganze craften oder nicht. Die Bottle, wenn ihr das craften solltet, wird verschwinden, das Collectible aber nicht. Ansonsten, wenn ihr die Flasche einfach so behalten wollt, könnt ihr das einfach so machen. Ansonsten sehen wir hier als nächstes noch einen Elsa-Poster, was mir persönlich auch sehr gut gefällt, muss ich sagen. Und als letztes haben wir dann hier noch einmal einen Tinkerbell-Poster. Ja, da bin ich ehrlich gesagt raus persönlich, aber ansonsten finde ich es auf jeden Fall wieder einen interessanten Move hier auch mit den Postern. Finde ich, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Und wie gesagt, die Potion kann man ja theoretisch gesehen auch behalten, wenn man jetzt nicht craften möchte und dementsprechend kann man damit vielleicht auch was Cooles bauen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare, ob du den gesamten Job mitnimmst oder lässt. Kommen wir zum nächsten Livestream, der ist schon am Mittwoch, also heißt morgen um 19.30 Uhr deutscher Zeit mit Vivi Versum auf seinem Kanal. Ich werde außerdem den letzten Collector Talk für dieses Jahr am Donnerstag um 20.00 Uhr deutscher Zeit oder 20.30 Uhr, das schaue ich da noch. Aber auf jeden Fall am Donnerstag wird dieser letzte Collector Talk für dieses Jahr stattfinden. Das heißt, kommt auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Dort sind natürlich Chris und Enrico wieder beide vertreten und wir werden wieder einen sehr, sehr spannenden Talk haben. Kommen wir zum nächsten Comic, was wir sehen werden von Marvel und das am 14. Dezember um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir Avengers Hashtag 1 aus dem Jahre 2012, nicht verwechseln mit Avengers Hashtag 1. Und ja, hier sehen wir einmal, diese Cover ist an dieser Stelle kein wirklich krasses Comic, muss man ganz klar sagen. Ist der First Issue bei Jonathan Hickman. Wenn man sich hier auf Go Collect auch nochmal die Daten zu dem Comic anschaut, sieht man ziemlich schnell, ja, dass wir es hier mit keinem absolut krassen Comic zu tun haben. Eine 9.80 hier gerade mal für 34 Dollar ist schon einfach sehr, sehr wenig. Kommen wir zum nächsten Collectible, was wir sehen werden und zwar nämlich von London Police Art sehen wir unter anderem auch die nächsten Collectibles bzw. die nächsten Poster. Und zwar nämlich am Sonntag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Ich würde sagen, die schauen wir uns in dem Video nochmal ganz kurz an. Zu Beginn des Videos seht ihr jetzt hier, das sind einmal die drei Poster, die dann wahrscheinlich droppen werden und diese sind tatsächlich sogar animiert, was ich persönlich auf jeden Fall extrem cool finde. Ich werde das nochmal ganz kurz hier zum Anfang zurückspielen und seht ihr das mal ganz kurz bevor das Interview hier beginnt, bin ich auf jeden Fall eine witzige Idee und zeigt natürlich auch kleinere Künstler hier natürlich auch ihre Projekte launchen und auch ihr Collectibles rausbringen können. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin mal sehr gespannt, was für einen Listenpreis das Ganze haben wird und was für eine Editionzahl, je nachdem, werde ich das mitnehmen oder nicht. Kommen wir zum Schluss noch zum Omi-Kurs und da gibt es meiner Meinung nach momentan wirklich eine sehr spannende Entwicklung. Wir haben jetzt in den letzten zwei, drei Tagen einen Weg nach oben gefunden. Wir hatten jetzt hier tatsächlich gestern ein neues High seit etwa zwei, drei Wochen und wir haben dann aber auch einen Abverkauf gesehen. Diesen haben wir aber auch allgemein im Markt gesehen. Das heißt, der Omi wurde hier einfach nur runtergedrückt und wie man jetzt hier sieht, haben wir heute schon wieder eine sehr gute Performance hingelegt, sind jetzt hier schon etwa bei knapp 12 Prozent und hangeln uns hier auch wieder über diese sehr, sehr, sehr wichtige Resistance rüber. Und sollten wir dieses Mal diese Resistance auch halten, denke ich auf jeden Fall, dass wir hier auch weiter nach oben laufen werden. Einfach aufgrund dessen, dass wir natürlich auch im Januar hier das Oxair Event haben, wo Omi unter anderem auch thematisiert wird. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bis zu diesem Zeitpunkt, ähnlich tatsächlich auch wie beim Spot ETF, aufgrund von Spekulationen hier der Markt einfach nach oben getrieben wird. Wir haben jetzt hier nochmal eine schöne Kaufzone gehabt und werden hoffentlich jetzt hier auf jeden Fall weiter nach oben laufen. Das ist auf jeden Fall meine These. Ich habe hier auch nochmal ein bisschen was nachgekauft, so um die 500.000 Omi. Aber für mich persönlich sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Sollten wir hier diese gelbe Linie brechen in etwa bei 0,00735, dann bin ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt und sehe den Omi auf jeden Fall in den kommenden Wochen und auch Tagen hier auf neuen Höchstständen bzw. ja auf neuen lokalen Höchstständen, sagen wir es mal so. Und natürlich wird er jetzt nicht hier auf einen Cent gehen, versteht mich da nicht falsch, sondern hier auf jeden Fall in diesem Bereich neue Höhen brechen. Beispielsweise das hier wäre natürlich sehr, sehr wichtig allgemein für ein weiteres Long-Szenario nach oben. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann dein Käpt'n. Ciao, ciao.